Sieht die Haarpigmetierung echt aus? Die Antwort auf jeden Fall und zwar täuschend echt. Das Feedback unserer Kunden ist absolut positiv. Die meisten unserer Kunden machen sich vor allen Dingen Sorgen, wie sehe ich nach der ersten, zweiten und dritten Session aus, wenn die Haarpigmetierung vielleicht noch gar nicht fertig ist. Aber keine Sorge, unsere Kunden erzählen uns immer, dass auch Kollegen am Arbeitsplatz von dem Prozess der Haarpigmetierung gar nichts mitbekommen. Und wenn deine Haarpigmetierung erst einmal fertig ist, können deine Freunde, Familie, Kollegen und alle in deinem Umkreis gar nicht glauben, dass das keine echten Haare sind. Also einfach beantwortet, die Haarpigmetierung sieht täuschend echt aus, egal ob bei kurzrasierten Haaren und Glatze oder als Haarverdichtung.